Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer bombastischen Shellshock-Folge mit Balooie. Hallo, ich bin Balooie. Meinem Gegner, den ich jetzt zerstören werde. Na, das werden wir mal sehen. Also, Balooie ist ja immer derjenige, der immer extremes Glück bei allem hat. Wie bei allem? Ja, guck, guck schon die Map. Ich seh dir die Map an, wo du wieder hockst, wo ich hock. Balooie. So. Ich lasse aus Versehen. Aus Versehen. Warte, ich muss kurz abmessen. So zum Gang her stehe ich schon wieder so viel besser. Oh, da rollen Steine auf dich. Schade, dass die keinen Schaden machen. Ja. Ja. Wie hast du das denn jetzt abgemessen? Hast du ein Lineal geholt oder was? Nein, nein. Aber das wäre eine gute Idee. Okay, ich habe auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ich immer treffe. Ungefähr. Erzähl mal. Erzähl mal. Das war jetzt nicht so schwer, weil es Magnete waren. Die haben dich angezogen. Ja, okay. Ja, gut. Deswegen. Also, ich warte erst, wenn du ein bisschen mehr in Reichweite bist, so. Balooie. Ja. So. Tschüss. Oh. So, okay. Ich muss mich erst einschießen, weißt du. Oder aus dem... Deine Aufnahme. Oder würde ich die gewinnen lassen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Jetzt gehen wir da hin. Auf. So. Okay. Es könnte funktionieren. Könnte auch schief gehen. So. Aber ich habe richtig abgemessen. Ja. 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 Hahaha. Wie machst du das? Erzähl mal. Hahaha. Nein, Balooie. Das ist ein Geheimnis. Wuh. Ich glaube... Das ist aber hart mies. Ich glaube, du bist gerade ein bisschen entsetzt, ne? Ja, ein ganz kleines bisschen. Was hast du getan? Ich messe ab. Nein. Nein. Und ich gerade treffe gerade gar nichts. Okay. Als nächstes wollen wir mal herausfinden. Oh, Mann. Okay, mach mal. Zeig mal, wie du abmisst jetzt. Hahaha. Ach, komm schon. Junge. Ja, wenn du... Guck, ich überliste dein Glück, was du hast. Du hast bestimmt irgendwie... Eins, zwei, drei. Propos 5 Millimeter. Warum rollt das denn weg? Ja. Ja, aber nur Scheißwaffen. Richtig nur Scheißwaffen. Nichts, was ich treffen kann. Scheiß. Okay. Ähm. Gehen wir mal wieder hier hin und fahren ein bisschen nach vorne. So. Und gucken mal, ob du Glück hast. Wegen dem Kleeblatt oder was? Ja, 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 ja. Nein! Immer. Ich hab mit dem noch nie mehr Schaden gemacht als 5. Ja, das ist dumm. Mann, 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 Baloui. Das gibt's doch nicht. Und ich treff heute gar nicht. Was ist denn los mit mir? Hab ich dich schon einmal getroffen? Jetzt gehen wir zwei in die Richtung. Nee. Hast mich nicht getroffen, wenn ich mich nicht täusche. So. Das hab ich wieder. Guck, Achtung. Abgemessen. Und... Okay, hätte besser sein können, aber es trifft. Safe. So. War safe ein Vollstock dabei? Nein, hab ich nicht. Ich messe tatsächlich mit den Fingern ab, um ehrlich zu sein. Wie? Einfach so? Einfach so Pi mal Daumen? Ja. Hast du damit richtig nerven? Nein, wirklich Pi mal Daumen. Oh. Ja, getroffen. Wow. So, guck. Das ist jetzt natürlich sauer. Auto. Deswegen geh ich jetzt... Ähm... So viel. Dann geh ich da hin und fahr hier hin. Und dann sollte ich... Ja, aber wie stellst du dann... Also ich sag mal, die Breite, okay, die kannst du mit den Fingern abmessen. Aber die Höhe? Immer Volldampf? Ja, immer Volldampf. Ah, nein. Nein, grad das, was... Ah, ist noch abgeprallt, aber hätte es klappen können. Schade. Ja, also sagen wir mal so. Deine Taktik ist schon kreativ. Was heißt kreativ? Die ist überragend. Und ich vertaue heute alles. Also wirklich alles. Tschüss. Ich geh mal hier... Oh, dann geh mal hier hin. Das ist meins. Nö. Fies. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ich hab's. Nein. Noch meins. Nee. Kriegt er dafür einen Vulgan, Armour und... Ja, okay. Ich habe verstanden, dass es ohne Pit nichts mehr für mich. Damit hättest du nicht gerechnet, ne? Nee, nee. Ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Hund bist und das ausrechnen würdest. Tja, aber Louis... Bei mir musst du mit allem rechnen, ne? Oh, jetzt machst du mir, glaube ich, das erste Mal Schaden. So richtig. Nee, das zweite Mal. Stimmt. Und dann auch so viel direkt. So, gehen wir auf 86 und dann auf 84 rüber. Alter. Hast du dich jetzt schon mitmachen? Ich sag dir doch, ich hab trainiert, Louis. Oh, oh, oh. Aber ich hab halt nur, nur, also unwitz, nur Schrott. Na, jetzt gucken wir mal, dass man zack, zack, das so machen, ne? Ja, vielleicht trifft ja die Banane. Ja! Alter, auch noch gegräbt. Ich denke, ich hab keine Lust mehr gegen dich zu spielen. Timon war cool. Okay, Valul. Oh, hast du ein Messer? Ich hab wohl's auch entsetzt. Spaz! Oh, oh. Okay, okay, okay. Ja, ich hab deine Strategie verstanden. Gemein, oder? Oh, ich hab endlich Disco upgrade. Hauptsache, man wird besser, ne, würde ich sagen. Ja. Und Bananen hab ich upgrade. Yes! Aber da, was gab's denn, das kommt als drittes bei Bananen. Ich hab grad nicht nachgemacht, ich weiß nicht. So, Baloui, eine Runde geht auf jeden Fall, ne? Ja, komm, komm. In der ich dich noch mal zerstöre. Das ist schon okay für mich, schon okay. Ist das wirklich okay für dich? Ist okay, ich will versuchen herauszufaktioniert. Oh nein, ich kann mich hier nicht innen her bewegen. Nein! Mist! Auslesen kann. Oh, danke. Das hat mir sehr geholfen. Gerne. So, du willst die Taktik rausfinden, wirklich? Na, vielleicht. Die ist ganz einfach. Aber ich verrate sie logischerweise nicht. Oh, da hat er einen Niedler. Ja. Wie witzig, dass ich auch einen hab. Toll. Nachmacher. Ich hoffe, der trifft dich auch. Nö. Was kommt jetzt? Süß. Oh, diese macht die Glock denn nur 30 Schaden. Mann. Was ist denn scheiße? Oh, oh. Was kommt da? Was? Oh nein. Ich glaube, der ist nur, um mehrere zu treffen. Ja, und nah kam im Fall. Aber ich wollte nicht zu nah dran stehen, weil ich so einen Schaden gekriegt hätte. Alter! Oh Gott, du hast dich getroffen! Wie kann man auf die Distanz nicht treffen? Oh Mann, Baloui! Ja! Hä? Hä? Warum zählt die jetzt nicht? Du musst direkt von oben treffen. Ehrlich? Ja. Guck mal, da kommt was Böses. Das ist echt nervig, wie sonst was. Alter! Au! Nein, ich sitze in einem Loch! Du hast Fahnen geskillt. Irgendwas hast du geändert. Du hast alles geändert. Na, warte, wir machen das tatsächlich so. Nachmacher! Wie? Ich hab alles geändert. Ich bin halt, ich hab's öfters gespielt, einfach. Ja, du hast dir Gedanken gemacht. Das ist schon gut. Trotz ein bisschen genervt. Du bist genervt von was denn? Oh nee, warte mal. Ja, von deiner neuen Abmästechnik. Ja. Diese kommt einfach, ich würd sagen, im Lauf der Zeit. Hohohohohoho. Hohohohohoho. Ja, schützt sich ja noch ein bisschen mehr. Ja, bin leider eh tot. Warte mal. Ich will nur gucken, was setzt sich ein. Ist vielleicht so ne Waffe hier? Nein! Ja, oh mein Gott, das erste Mal, dass ich mit der Waffe richtig getroffen habe, Baloui. Ich weiß ja nicht, aber ich würde mal sagen, ich habe dich eiskalt zerstört, ne? Das ist noch nie passiert so, ne? Noch nie. Noch nie. Seitdem wir zusammen spielen, noch nie. Noch nie. Aber Leute, ich fände es witzig, wenn das in der Folge für Baloui genauso ist. Deswegen geht rüber zu Baloui, dort kommt auch eine Folge Shell Shop mit mir. Und da wird das genau natürlich weiter. geführt. Von daher, macht's gut, bis dann und tschüss. Und bleibt schön feurig. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020